Dein Anoda, das ist kein Typ für dich. Du musst aufpassen. Ich kenne diese Typen. Alles, was die wollen, ist... Bist du eifersüchtig? Wie bitte? Glaubst du, ich sehe nicht, wenn du einen Ständer hast? Hast du sie noch alle? Anoda ist ein richtiger Mann. Er hat es geschafft, von ihr wegzugehen. Er sitzt nicht in einer alten Dreckshütte fest. Okay. Vergiss es. Du machst dir sowieso umsonst Sorgen. Ich bin immer noch Jungfrau, falls du das wissen wolltest. Du bist echt unmöglich. Also, du hörst es vielleicht nicht gern, aber der Typ ist ein kleiner Wichser. Was machst du da? Sie können das nicht. Ich nehme ihr ein Bier. Was ist denn? Wenn ich alt genug bin, dass man mit mir ins Bett will, dann bin ich auch alt genug für ein Bier, oder? Ein Blödsinn ist das. Gut, sei es auch. Gut, sei es auch. Gut, sei es auch. Gut, sei es auch.